Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir haben uns überlegt, welche Lieder würden denn in einer Sitzblockade, einer Gleisblockade ganz romantisch klingen Wir sind immer im Namen der Liebe unterwegs und wenn ihr auch im Namen der Liebe unterwegs seid, dann geht uns mal ein Oh! Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der aus dem Wasserwerfer verperlt? Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der aus dem Wasserwerfer verperlt? Du bist das Beste, was mir hier passiert ist Es tut so gut, wie du mich wärmst Kosta, hast du eine Meinung zu diesen... Es gibt ja so Demonstrationsformen, die sind ja hier umstritten Hast du deine Meinung zu? Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen Es bleiben dabei Wir sind frei Bitte? Kasse? Das ist mir zu kriminell! 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 Das ist jetzt die Idee! Warte, warte, komm her! Wehrt euch! Leistet Widerstand gegen das Atomkraftwerk im Land! Schließt euch nicht zusammen, schließt euch nicht zu fern! Kehrt euch! Glaub da! Schneller, Herr Kostler! Schließt euch fest zusammen! Wehrt euch! Leistet Widerstand gegen das Atomkraftwerk im Land! Wehrt euch! Glaub da! Dankeschön! Dankeschön!